Es ist immer sehr schön zu sehen, wenn ein Laden sich neu entwickelt und neue Formen annimmt. Jeder ist mit Herzblut dabei, die Liebe zum Detail. Natürlich haben wir für unsere Kunden die eine oder andere Überraschung eingebaut. Mit dem AVEC Express haben wir ein Format, das eigentlich genau zwischen Kiosk und AVEC ist. Dank diesem Format haben wir eigentlich für jeden Standort eine ideale Lösung. Sie können den Kundenbedürfnissen entsprechen und können auch auf Grösse unser Shopkonzept anpassen. Ich finde den AVEC Express mega praktisch, weil ich auf kleiner Fläche wirklich sehr viele Sachen finde und wenn ich gerade auf dem Bier oben rauskomme und noch etwas gebraucht wird, kann ich einfach dort einkaufen. Das finde ich super. Mir gefallen die frischen Produkte, Sandwiches, Salate. Ich hoffe, ich freue mich über den Laden. Die AVEC Express bietet zu jeder Tageszeit das richtige Produkt. Wir haben frische Salate, wir haben Croissant, wir haben Sushi, feine Sandwiches, alles zur richtigen Zeit. Mein persönliches Highlight sind da weg die Birchermüsli. Äh, sorry. Es ist immer zur richtigen Zeit das Birchermüsli vor Ort. Wir haben den Laden so eingerichtet, dass man seine Produkte sofort findet. Wir haben eine bediente Kasse, die man bezahlen kann, aber wir haben auch Selbstscanning. Einmal QR-Code scannen, Produkte scannen, bezahlen und den Laden verlassen. Einfach genial. Wenn ich auf euch meine Produkte ausweiter. Untertitelung des ZDF, 2020